Mein Name ist Frank Motz. Ich bin Ausstellungsmacher und ich lasse mich impfen, weil Impfen uns in der Vergangenheit nachweislich vor vielen Krankheiten bewahrt hat, weil ich nicht wüsste, warum das nicht auch in der Gegenwart so funktionieren sollte und weil ich glaube, dass derzeit das Risiko einer Krankheit durch Impfung deutlich geringer ist als das Risiko, mit dem Coronavirus infiziert zu werden. Bleiben Sie gesund!